Eine starke Frau aus dem Grenzland war es leid, dass Chinesen in die Dörfer kommen und Mädchen entführen. Wang Timae hat eine Kooperative gegründet, in der Frauen Geld verdienen können und Zuflucht finden, wenn ihnen Probleme über den Kopf wachsen. Sie nimmt auch Frauen auf, die aus China zurückkommen, weil sie flohen oder die Polizei sie befreit hat. Weil man sie mit Hochzeitsversprechen dorthin gelockt oder mit Gewalt dorthin gebracht hatte. Wir finanzieren uns mit dem Verkauf unserer Webarbeiten. Das sind traditionelle Muster der Meng. Ja genau, das hier bedeutet Familie. Der Wert der Familie überragt alles, schon gar den Wert der Frauen im abgelegenen Nordwesten Vietnams. Ihre Rolle ist, still zu leiden. Frauen hier haben ein hartes Leben. Sie arbeiten auf dem Reisfeld und wenn sie nach Hause kommen, haben die Männer keinen Respekt vor ihnen. Die Männer trinken viel und prügeln sie. Gerade junge Mädchen sehnen sich nach einem anderen Leben. Dann kommen die Chinesen über die Grenze, bringen Kleider und Schuhe als Geschenke. Da fallen sie drauf rein. Freiwillig allerdings gingen die wenigsten mit nach China, erklärt Mai. Die Frauen werden unter Vorwänden von den Dörfern weggelockt, dann einkassiert und verschleppt. Fünf Fälle hatten wir allein hier im Ort. Sie werden in China zwangsverheiratet oder landen in Bordellen. Die enge Dorfgesellschaft schweigt solche Fälle aus Scham meist tot. Mai macht da nicht mit. Sie will uns zu einer Frau bringen, der schwanger die Flucht zurück gelungen war. Mai hat durchgesetzt, dass für Mutter und Kind ein Platz gefunden wurde. Einer zum Wohnen, wöhnlich nur ein böses Wort über. Chinesenhure. Als sie damals mit Tochter Sing im Bauch aus China kamen, wie war der Neuanfang hier? Sehr hart. In China fehlen Frauen als Folge von Mädchenabtreibung und Ein-Kind-Politik. Mit jedem Jahr wächst die Furcht der Mutter, dass eines Tages sie ihm einfach über die Grenze mitnimmt. In China swept. Die Nein. Musik